Küche und Haushalt ist unser Thema jetzt und da haben wir die neuesten Produkte, die sind alle im Katalog, können Sie die auch finden. Unsere Designlinie von unseren Abfalleimern, die sehen ja wirklich, wirklich schick aus und Sie werden sehen, wenn wir die gleich demonstrieren, wie praktisch und toll die sind. Das sind richtige Schmuckstücke, die Sie also auch wirklich außerhalb Schränke aufbewahr, also hinstellen können, die machen jede Wohnung, jede Küche, jedes Arbeitszimmer, jede Garage wirklich, wirklich hübscher. Ja und ganz wichtig ist ja heutzutage, dass wir kontaktlos vieles machen sollen im Alltag. Dann können wir uns auch an die Haarregeln halten und weniger so diese ganzen Krankheitserreger umherwegeln und verteilen. Das Gute ist hier an unserem ersten Modell, ich habe gerade ein bisschen magisch, zack, ich gehe mal auf den nächsten, die sind alle kontaktlos, die haben ja einen Sensor und dadurch öffnet er sich blitzschnell, zack, und er wartet dann sechs Sekunden circa und dann können Sie es reinlegen, was Sie möchten. Den würde ich zum Beispiel persönlich, das können Sie natürlich machen, wie Sie möchten, für Biomüll nehmen, in der Küche direkt, weil der so schön schmal ist. Schauen Sie mal, wie schmal der ist, richtig schlicht hochwertiges ABS-Kunststoff haben wir da, so richtig hochwertig und auch gerade dieses Grau, das ist so unauffällig, perfekt gerade. Ich würde Biomüll nehmen, ich weiß nicht, als was du ihn nutzen würdest. Ja, Biomüll auch, wir haben Biomüll im Moment in einer Papiertüte und das ist schon ein bisschen praktischer, weil es ja auch abschließt und den Geruch dann auch ein bisschen drin lässt und es sieht hübscher aus und man muss gar nichts anfassen, das ist halt der große Vorteil an denen, weil da ist ja immer, man hat ja immer dreckige Hände oder spätestens danach, nachdem man den Biomüll weggetan hat, hat man dreckige Hände und damit ist eben alles kontaktlos. Genau, kontaktlos durch diesen Bewegungssensor, man kann natürlich auch hier noch auf Close Open einmal sagen, ich möchte ihn länger offen haben, dann haben Sie auch noch die Möglichkeit, das Knöpfchen zu drücken, aber ansonsten öffnet er sich blitzschnell, dann sehen Sie auch hier das Fassungsvermögen, zwei Liter, passt was rein, schließt aber richtig schön, also so eine Ummantelung eben. Und das ist schön, dass wir auch vielleicht dadurch als Wellenbrecher endlich agieren können, weil wir, Sie kennen das, man fasst oft wohin, dann fasst man sich in die Nase, das verteilt sich alles so mit, zack, nichts anfassen, kann auch nichts verteilen, das ist auch heutzutage die beste Lösung, das ist so ein Tischmülleimer, ob Sie den in der Küche hinstellen oder auf irgendeine Kommode schlicht, das ist ja Ihre Wahl. Oder können Sie natürlich auch als Kosmetik Mülleimer nehmen, so im Bad, können Sie natürlich auch im Büro, schreibt es Homeoffice, Sie kennen das viel, ja, wenn man mal was knabbert, das liegt dann überall rum, hiermit ist es dann ordentlich verstaut, zack, kontaktlos, einfach entsorgen und den dann, ja, nach ein, zwei Tagen leeren, zwei Liter Fassungsvermögen, richtig schönes, tolles Format, ganz hochwertiger Kunststoff, auch ein schönes Markenprodukt von InFactory und das Tolle ist die Sensorik. Schauen Sie hier, nach sechs Sekunden schließt er dann einfach wieder, zack, der ist modern, praktisch, das ist einfach eine logische Variante, so heute Müll zu entsorgen. Wir wurden sensibilisiert, Hände waschen, Maske tragen, weniger Kontakt zu möglichen Krankheitserregern und somit ist es halt auch noch garantiert und hier schön kontaktlos, das ist die beste Wahl. Beste Wahl, unser Designabfall, einmal mit Handbewegungssensor, zwei Liter mit der Bestellnummer NX4484569 zum TV-Sonderpreis von 18 Euro, Sie sparen 40 Prozent zum UVP, ist ein ganz neues Produkt und wir sind immer froh und stolz, wenn wir Ihnen die vorführen können. Hier, das ist mit der Bestellnummer NX4484569, denken Sie an die 569 am Ende, ganz, ganz toll. Jetzt kommen wir aber mal zu was ganz anderem, der noch richtig schick ist, unser Getränkedosendesign Tischmülleimer. Ja, auch der ist richtig schick, wir haben hier ein richtig schönes, lackiertes Edelmetall und es ist so eine Dosenform, ich zeige Ihnen das mal eben hier oben auch, der Deckel, zack, jetzt hat er sich wieder geklossen, Oh, ich habe den hingestellt vorhin, natürlich brauchen wir den nicht berühren, weil er eben auch so eine Sensor hat, zack, und dann schließt er sich nach sechs Sekunden circa. Wir haben hier ein Fassungsvermögen von 1,5 Liter, also auch perfekt fürs Büro, ob es jetzt Homeoffice ist, im Auto, Sie kennen das, wie viel Müll sich im Auto immer sammelt, das ist erschreckend, so Seiten, Taschen, Türen, oh Gott, das hier mal mitnehmen, das ist auch eine schöne Idee, Küche natürlich, Wohnzimmer, es ist ja auch ein Deko-Element, es sieht richtig schick aus, ist eine ganz feine Qualität, lackierte Edelmetall, also Edelstahl und dann hier mit dieser Bewegung, das ist einfach was, was man nicht so oft gesehen hat, ich persönlich habe es noch nirgends gesehen, ist wirklich ein feines Produkt durch die Sensorik, wir haben kein Kabel hier, sehen Sie, wenn Sie den täglich immer so 20 Mal öffnen, dann hält er den so, ja, drei, vier Monate, das heißt, Sie müssen im Jahr nur dreimal die Batterie wechseln, es ist wirklich so ein kleines für mich, sehr logisches, praktisches, am Zahn der Zeitprodukt, weil die eben bewegungslos alles hier weg entsorgen können und wir wissen ja, wir Menschen machen ganz schön viel Dreck und hier mit eins im Büro, eins im Bad, in der Küche, Autobüro, wo würdest du uns stellen? Ich würde es, glaube ich, auch tatsächlich mal auf den Esstisch stellen, weil beim Esstisch hat man ja auch oft Abfälle, ob das jetzt alte Marmeladendosen oder sonst irgendwas, das kennt man ja auch aus schicken Hotels und Restaurants, da steht immer so ein Tischmülleimer, aber so ein schicken habe ich wirklich noch nicht gesehen und wie gesagt, das Tolle ist halt, dass man nichts anfassen muss und der sieht ja so edel aus, durch dieses Spiegel-Edel-Design hier und Sie sehen auch, der Deckel spiegelt sich, das ist also wirklich von vorne bis hinten ein sehr, sehr schicker Müll, aber dass man das überhaupt mal sagt, ne? Er ist ein richtig schöner, lackierter Edelstahl-Format mit einem chromverkrumpten Deckel, das ist wirklich ein Hingucker, auch hier diese Dosen da oben, diese Aufziehfläche da oben. Ja, brauchen Sie nicht an der Lasche zu ziehen, der geht einfach so auf. Das ist wirklich ein schöner, ganz ehrlich, wir haben so viel Müll überall rumliegen, das hier ist nicht nur stylisch, es ist sinnvoll am Zahn der Zeit, bewegungskontaktlos einfach hier den Müll entsorgen, da sieht man es auch gut im Gebrauch, Homeoffice, zu Hause, im Büro oder im Wohnzimmer, sieht einfach schick aus, auch ein kleiner Preis, oder? Ja eben, und dann auch Bonbonpapier, ist doch ganz, ganz praktisch, oder so ein kleines Brust. Das ist unser Tischmühleimer-Getränkedosendesign mit Bewegungssensor natürlich, mit der Bestellnummer NC 3375 569, mit 1,5 Liter Fassungsvermögen, die Bestellnummer ist NC 3375 569, Sie können natürlich auch anrufen unter 080 51 51 222. Ich finde das toll, dass wir die mal alle in einer Sendung hier zeigen können. Machen wir mal gleich weiter mit dem Nächsten. Für jede Größe, für jeden Geschmack ist was dabei, und bei diesem hier, das ist ein sehr gefragtes Modell, da müssen Sie vorbestellen, der ist auch wieder mit Bewegungssensor, sieht man hier auch wieder, da sind wir schon bei einem Fassungsvermögen von 3 Liter, also passt eine Menge rein, das ist also perfekt für Bad, Küche, Büro, all da, wo wir gerne mal sitzen und immer so ein bisschen Kleinkram produzieren, was dann so rumliegt, wieder hier ganz zu fein mit der Bewegungssensorik, zack, blitzschnell, und dann bleibt er 6 Sekunden auf. Wenn Sie den täglich wirklich gut im Gebrauch haben, halten die Batterien so 3 Monate, 4 Monate ungefähr. Es ist wirklich ab seiner Zeit, so sollte man heutzutage Müll entsorgen, denn kontaktlos. Und Sie wissen, es passt genau in die aktuelle Situation, in der wir uns befinden. Es ist einfach die clevere Alternative, Müll zu entsorgen, und da suchen Sie sich am besten die richtige Größe aus. Das hier ist ein Bestseller, der kommt bald aber wieder rein, jetzt bitte vorbestellen. Das ist unser Abfall einmal mit Handbewegungssensor 3 Liter, der wird allerdings erst wieder in ein paar Tagen verfügbar sein, aber Sie können ihn jetzt schon vorbestellen, weil er eben so beliebt ist. Mit der Bestellnummer NC 27 43 569, NC 27 43 569, denken Sie an die 569 für den TV-Sonderpreis, das gilt die nächsten 2 Stunden. Sie können auch anrufen 080 51 51 222 für unseren Abfalleimer 3 Liter, der allerdings erst wieder in ein paar Tagen lieferbar ist. Aber wir haben ja auch noch größere, ne? Ja, genau, ich habe mir die hier vorne drapiert. Wir sind jetzt schon bei einem Fassungsvermögen von 9 Liter. Wieder ein richtig schöner Edelstahlkorpus, richtig schön hochwertige Qualität, aber natürlich sind wir wieder kontaktlos mit einem Sensor. Sie können natürlich auch manuell hier einfach sagen, länger offen bleiben oder schneller schließen oder einfach manuell betreiben. Wir sind hier auch wieder komplett kabellos, richtig feine Qualität. Wir haben ja auch so einen Inneneimer, den können Sie entfernen, um damit zum Mülleimer zu gehen. Ist auch wieder ein sehr gefragtes Produkt, die Größe, 9 Liter, ist richtig fein. Und hier auch, wenn Sie den richtig gut im Gebrauch haben, dann hält Ihnen die Batterie bis zu 3, 4 Monaten. Also das macht einfach Sinn, am Zahn der Zeit modernen Müll zu entsorgen. Nee, es ist wieder eben dieses kontaktlose Öffnen und Schließen. Da kommt ja dann auch kein Dreck auf den Deckel. Das kennt man ja auch bei diesen Schwingmülleimern oder wo man erst irgendwo drauf treten muss, damit der Deckel aufgeht. Und dann klappert das immer. Der ist wirklich ganz, ganz toll. Unser Abfalleimer mit Handbewegungssensor 9 Liter, der auch erst in ein paar Tagen wiederkommt. Mit der Bestellnummer NC 2744569 mit unserem Bewegungssensor 9 Liter. NC 2744569 wird wieder in ein paar Tagen lieferbar sein. Ganz, ganz toller Abfalleimer wieder. Ganz super mit 9 Litern. Und wir werden immer, immer größer. Wir werden immer, immer größer. Denn ja, Menschen produzieren Müll. Hier ist natürlich für jeden was dabei. Also einen müssen Sie auf jeden Fall sich mal zum Ausprobieren bestellen oder einfach was kombinieren. Das hier ist eine Größe. Das habe ich zum Beispiel in der Küche stehen. 30 Liter haben jetzt schon wieder, Entschuldigung, ein Edelstahlkorpus, richtig schöner verchromter Deckel. Wieder ein Bewegungssensor mit drin, schließt, öffnet in ganz schnell 0,5 Sekunden, bleibt dann 6 Sekunden auf. Auch wieder kabellos, Batterien hinten drin, da können Sie bis zu 3, 4 Monate locker so in den Betrieb, wenn Sie oft öffnen und schließen, den betreiben. Es ist wirklich eine feine Qualitätsgeschichte hier. Wieder nochmal ein Edelstahlkorpus, innen drin ist auch ein Inneneimer, verchromter Deckel, die Sensorik. Also wirklich genau, was man heutzutage braucht, um kontaktlos Müll zu entfernen und auch nicht diese Keime und diese ganzen Krankheitsäger weiter zu verteilen. Man fasst sich dann ins Gesicht. Das passt so schnell, das merkt man ja gar nicht. Wir wurden sensibilisiert, das nicht zu tun. Es funktioniert auch langsam, aber das gehört eben auch dazu. Das gehört in jeden Haushalt, kontaktlos Müll zu entfernen. Das ist einfach die neue Variante, wie man es heutzutage machen muss. Ja, und wir haben den eben jetzt auch zum TV-Sonderpreis. Der TV-Sonderpreis gilt halt nur in unserer Sendung für die nächsten zwei Stunden. Sie sparen ja zum UVP, zahlen Sie 34 Prozent. Und bei uns auf der Pearl-Webseite ist er auch teurer als jetzt eben dieser TV-Sonderpreis. Und der 30 Liter ist, glaube ich, so die handelsübliche, das haben die meisten unter der Küche irgendwo stehen. Aber der ist halt wirklich schön genug, dass man ihn eben wirklich auch in den Raum stellen kann. Und der wurde natürlich auch getestet und mit sehr gut befunden, weil es halt ein richtig gutes Produkt ist. Viereinhalb von fünf Sternen, sehen Sie, wir haben das gerade. Günstig zum anderen äußerst hygienisch, außerdem funktioniert er tadellos, sieht super schick aus und er gönnt sich nur wenig Platz. Das ist also wirklich auch getestet worden und ist eben ein sehr, sehr gutes, qualitativ hochwertiges Produkt. Und das mit den 30 Litern ist so die handelsüblichste Größe, die man eben hat. Und den kann man einfach überall hinstellen, weil er wirklich so schick ist. Ja, genau. Und ich knie schon wieder vor unserem nächsten wunderschönen, hochwertigen Mülleimer. Ach hier, guck mal, der möchte immer noch mal auf den Zug gehen. Der ist aber auch fein, diese Größe. 30 Liter. Ganz ehrlich, und Edelstahl ist mir immer ganz wichtig auch, dass er einen Inneneimer hat, wo man den dann auch raustragen kann, so großen Mülltonne, Bewegungssensor, verkromter Deckel, ist einfach was Feines. Und auch hier dieser Ring, der schließt so richtig schön ab, ja. Also da kommt der Geruch auch nicht so raus. Das finde ich auch immer ganz wichtig, weil man kennt diese Treteimer. Bei mir ist immer so, die Feder geht kaputt nach drei, vier Monaten. Und da kommt immer meistens so ein Schlitz und da riecht es immer raus. Und das ist eine richtig feine Variante, weil der schließt auch richtig schön ab, dieser Deckel hier. Und verkromt liebe ich, kontaktlos liebe ich, Edelstahl liebe ich. Und eben auch hier dieser Inneneimer, den man dann raustragen kann zum Mülltonnen, ist halt einfach ideal. Ja, das ist sehr, sehr praktisch. Und eben auch, wie du sagtest mit dem Inneneimer, ich finde es eben auch toll, dass der so schick ist einfach. Das ist ja wirklich begeistert. Und Sie sehen das, wenn der auf ist, auch innen drin, der Deckel von innen drin ist auch in dieser Edelstahloptik. Und man hat, was ich ja wirklich hasse, sind diese, die diese Kippsachen haben. Oh Gott. Und erst draufdrücken muss mit einem Finger und dann... Überleg es mal, wie mache ich es ohne anzufassen, ne? Und hier habe ich es gerade auf manuell gestellt. Wenn Sie dann mal was reinigen möchten zusätzlich, können Sie auch einfach hier manuell Knöpfchen drücken und sagen, open, bleibe bitte offen. Und wenn Sie dann soweit sind, sagen Sie einfach, okay, ich drücke das Knöpfchen close und dann ist es länger offen. Unser Abfalleimer mit Bewegungssensor 30 Liter mit der Bestellnummer NC 27 45 56 9. NC 27 45 56 9. Das war unsere nächstgrößere Größe. Sie können auch anrufen 080 51 51 2 2 2 2. Und wir gehen noch eine Nummer größer. Ah, ich knie schon vor dem nächsten... Wir haben das ganze Sortiment hier. ...wunderbar hochwertigen Edelstahlkorpus. Natürlich auch wieder Bewegungssensor drin. Verbrummter Deckel. Und das hier, gucken Sie mal, da haben wir gerade so einen gelben Sack drin. Das ist genau die Größe von diesem gelben Sack. Und wir wissen alle, wie viel gelben Sackmüll wir produzieren. Also ich sehr viel, das weiß ich in meinem Haushalt. Wir haben hier wieder ausschließlich Qualitätsmerkmale. Also hier Edelstahlkorpus. Richtig, richtig schön. Wir haben einen Inneneimer, den wir dann auch zur Mülltonne tragen können. Jetzt lasse ich es mal ein bisschen länger offen. Drücke auf Open, manuell. Sie können diesen Eimer dann schön mitnehmen, wenn Sie möchten. Hier mache ich es wieder zu. Also es passt einfach. Perfekt verkromter Deckel. Es ist einfach ideal, auch diese Größe. Und was ich bei dem besonders mag, dass er so schön schmal und elegant ist. Den kann man so gut hinter eine Tür. Den muss man nicht verstecken, aber man kann ihn richtig schön zwischen Tür und Kommode so platzieren. Und das macht auch Spaß, ne? Ja, das stimmt. Das macht richtig Spaß, da Müll wegzubringen. Was glauben Sie, wie ordentlich Ihre Kinder werden, wenn da plötzlich dann so ein elektrischer Deckel aufgeht und wieder zugeht, wenn man den Müll reingeschmissen hat? Ja. Das ist also wirklich, es hilft eben sauber zu sein. Und diesen Müll mit dem gelben Sack ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber was ich eben auch wichtig finde, was du bei dem davor gesagt hast, was hier auch wieder der Fall ist, ist, dass es luftdicht eben abpackt. Das heißt, es kommen keine Gerüche raus. Da ist der Rand. Der sieht super schick aus. Und man kann ihn ja wirklich überall hinstellen. Wir haben mal eine Statistik für Sie vorbereitet, wo sich die meisten Bakterien im Haushalt eben befinden. Und auf Platz drei ist unser Mülleimer. Und sehen Sie mal, wo Toilettenrand ist. Das ist ungefähr ein Viertel davon. Das heißt, wir haben viermal so viele Bakterien am Mülleimerrand als bei einem Toilettenrand. Es ist doch wirklich sehr wünschenswert, dass wir damit nicht in Kontakt kommen. Ja, ja, ja. Also es ist halt eben besonders hygienisch, kontaktlos hier zu arbeiten. Es ist besonders praktisch. Man hat trotzdem kein Kabel. Das hält ihn bis drei, vier Monate mit den Batterien, die drin sind. Man hat wirklich schöne Qualitätsmerkmale. Edelstahlkorpus. Man hat trotzdem noch einen Inneneimer, wenn man den zum Müll raustragen möchte. Hier war mal gelben Sack. Können Sie machen. Verchromter Deckel. Auch die Möglichkeit, manuell zu arbeiten. Schönes, schlankes Design. Also das ist wirklich ganz fein. Und wir haben ja hier bis zu 42 Liter Volumen schon. Also passt einiges rein. Trotzdem ist er so schmal, ne? Ja, trotzdem ist er schmal, sieht schick aus und macht Spaß. Muss ich einfach sagen, ne? Unser Abfalleimer 42 Liter mit der Bestellnummer NC 2746 569. NC 2746 569. Die sind alle sehr begehrt. Und Sie haben ja bei zwei von denen schon gesehen, dass sie erst in ein paar Tagen wieder lieferbar sind. Aber der hier ist jetzt zum Beispiel lieferbar. Unser Abfalleimer 42 Liter mit der Bestellnummer NC 2746 569. Noch größer? Noch größer, klar. Wir geben hier alles, was wir anbieten können. Wir haben für jeden das Richtige. Kleiner Haushalt, großer Haushalt, kleine Küche, große Küche, sehr große Küche kommt auch noch dran. Aber wieder wirklich schön hochwertig. Hier haben wir sogar einen Alu-Korpus. Also ganz hochwertig in so einem Brushed-Look. Also wirklich ganz, ganz toll und edel sieht der aus. Wir haben ja ein riesen Fassungsvolumen. Was denkst du, wie groß er ist? Tipp mal. Ohne zu lesen. Ich sehe, ohne zu lesen. Knapp 70 Liter. Also er muss ja größer sein als der davor. Und der davor war schon sehr groß. Dann wird er noch größer sein. 68 Liter. Riesig. Wir haben natürlich wieder auch einen Sensor dabei. Schauen Sie, wieder einen verchromten Deckel hier. Ein Inneneimer natürlich mit dabei. Auch wieder richtig schön schließend, dass der Geruch nicht rauskommt. Und also alles, was man so braucht. Hier auch die Sensorik. Natürlich können Sie auch manuell arbeiten. Da sehen Sie hier Open und Close. Möchten Sie mal vielleicht, dass der länger offen bleibt? Kein Problem. Dann bleiben wir hier ein bisschen länger offen. Was genial ist natürlich auch noch, die zählen runter. Hier ist eine Digitalanzeige von 6, 5, 4, 3, 2, 1. So lange bleibt er offen. Und das sagt er dir. Das ist ja der Hammer. Also noch so ein Qualitätsmerkmal. Das ist ja wirklich der Hammer. Das ist richtig cool. Das finde ich auch genial. Sehen Sie das? Warte mal. Ja, jetzt ist er auf Null, weil ich habe ja aufs Knöpfchen gedrückt. Jetzt mache ich mal den Open-Button weg. Also ich gehe mal auf Close. Dann schließt er sich. Dann warte ich kurz. Und dann möchte ich Ihnen einmal auch so zeigen, wie diese Anzeige auch noch funktioniert. Warten Sie. So, schauen Sie mal. Können Sie das sehen? Da zählt er jetzt runter auf 1. Also wirklich cool. Muss man mal wirklich ausprobiert haben. Und schauen Sie hier. 4, 3, 2, 1. Also ich habe das noch nirgends gesehen. Und ich finde es wirklich fantastisch. Wir haben auch hier so ein Fingerabdruckresistentes Material. Dadurch, dass es so ein bisschen Brushed-Look ist, haben wir da auch weniger Abdrücke. Wirklich, wirklich ein feines Produkt. Riesig schon, ne? 68 Liter Fassungsvolumen, verkromter Deckel. Alles, was das Herz begeht. Aber hier diese Sensorik ganz fein mit einer Digitalanzeige. Genial, oder? Das ist genial. Ich finde es auch toll, wie lange die Batterien halten. Das ist genial. Ich meine, die Batterien halten ein Vierteljahr, wenn wir den 20 Mal am Tag auf und zu machen. Und 20 Mal, glaube ich, benutze ich meinen Mülleimer nicht am Tag. Das heißt, es dauert vielleicht noch länger. Das heißt, man muss den nur 3 Mal im Jahr auswechseln, sagtest du ganz richtig. Das ist unser Abfalleimer mit Handbewegungssensor mit 68 Liter. Das ist schon richtig groß mit der Bestellnummer NX 9735569. Die Nachfrage nach unseren Mülleimern ist schon wieder sehr groß in jeder Größe. Also seien Sie schnell. Und diesen Preis gibt es eben nur in den nächsten 2 Stunden. Vielen Dank für die ganzen Bestellungen übrigens. Schicken Sie uns doch mal Bilder, wie der bei Ihnen steht und wie das bei Ihnen aussieht. An redaktion.pearl.tv Ja, und wir machen weiter mit unserem größten Mülltrennungssystem. Nee, das ist nicht nur ein gewöhnlicher Mülleimer. Das ist wirklich hier unsere TV-Neuheit und mega stark nachgefragt. Weil ich finde es gut, dass wir Deutschen ganz weit vorne in Sachen Mülltrennung sind. Wir haben hier natürlich auch wieder eine Sensorik. Ich habe hier meine Moderationskarte versteckt. Die hole ich mir eben mal raus. Die ist kein Müll. Ja, und schauen Sie mal, ich gehe jetzt mal auf Open, weil ich möchte, dass dieser Deckel offen bleibt, damit ich Ihnen das Innenleben zeigen kann. Wir haben hier so einen kleinen Behälter, der ist tatsächlich, zum Beispiel für Biomüll, ja, also wie Sie mögen. Da können Sie natürlich auch das reinlegen, was Sie dann möchten. Den kann man so entfernen, da hat man ein richtig schönes Eimerchen. Zack, schauen Sie mal. Ich lege es wieder rein, damit Sie von oben mal reinschauen können. Unser Kostja, der kommt ganz nah rangefahren gerade. Hier hat man auch noch den Deckel dazu. Also ich würde da Biomüll reinlegen. Du auch? Ja. Ja, da sind wir uns einig. Dann hat man hier ein Deckelchen, kann man richtig schön verschließen. Zack, das sind drei Liter, die Sie da schon mal für Biomüll zum Beispiel haben. Dann, wenn ich den rausnehme, den Eimer, da können Sie dann zum Beispiel den Restmüll reinmachen oder gelber Sack oder was das Herz begeht. Papier, was auch immer. Strukturieren können Sie es ja, wie Sie es möchten. Und da haben wir auch schon wirklich ein großes Fassungsvolumen von 48 Liter, also nur hier oben. Aber, gehe ich mal auf Close, zack, hier unten auch richtig schön versteckt. Schauen Sie mal da, wie cool das ist denn, bitteschön. Hier haben wir nochmal zwei separate Mülleimer-Möglichkeiten. Ja, mit zwölf Liter jeweils. Das ist ja auch nicht gerade wenig. Man könnte hier jetzt zum Beispiel einmal Papier, gelber Sack oder da gelber Sack, Restmüll hier. Also das kann man ja so machen, wie man es selber eben gerne hat. Also gerade wenn man kocht, überlegen Sie mal, wie oft man da zum Mülleimer gehen muss. Zum gelben Sack, zum Bio, zum Restmüll. Hier haben Sie alles in einem. Also hier ein Griff, also ein Griff, eine kontaktlose Bewegung, sagen wir mal lieber. Dann haben Sie hier vielleicht Restmüll oder gelber Sack. Hier Biomüll und hier unten dann noch, zack, nochmal zwei Möglichkeiten. Strukturieren Sie es, wie Sie es möchten. Aber alles in einem, ganz praktisch, superhygienisch, wunderschön. Und ich habe noch nie gesagt, dass ein Mülleimer wunderschön ist, aber der hier ist wirklich wunderschön. Wir zeigen Ihnen mal ein Bild, wie das tatsächlich aussehen kann, wenn man es, oh Gott, ja, das kenne ich leider auch. Ich muss sagen, in meiner Studentenzeit sah es bei mir ähnlich aus. Und dann sind da diese hässlichen Tüten und bei uns sieht das wirklich eben elegant aus. Schauen Sie sich diesen Abfalleimer mal an. Das ist ja wirklich, man kann fast sagen, super schick. Und den kann man wirklich schön in die Küche stellen. Er macht das organisieren für Sie. Sie müssen dann halt nur sich selber überlegen, wo Sie es hintun wollen. Da hat ja jeder andere. Manche nehmen, benutzt, brauchen mehr Biomüll, manche brauchen mehr Altpapier. Und das passt alles in diese eine, in diesen einen Abfalleimer. Und unten, die Schublade ist auf Rollen, habe ich gesehen. Die ist auf Rollen. Man findet immer wieder den Weg zurück. Man muss nicht irgendwie so, ö ö ö, zack, rein, raus. Also ein Qualitätsmerkmal, gut, dass du es auch noch erwähnt hast. Das ist wieder so ein richtig schöner Design, Edelstahlkorpus. Oh, das ist so mein Dream come true in Sachen Mülleimer, muss ich sagen. Hätte ich, glaube ich, gar nicht, dass ich das überhaupt je sagen würde. Aber auch hier haben wir so einen resistenten, also Fingerabdruck resistente Material. Dadurch, dass wir so ein Edelstahl, für mich sieht es ein bisschen aus wie gebürstete, aber so ein bisschen leicht matt. Es sieht aus wie so ein, guck mal, wie so ein hochwertiger Kühlschrank. Kennst du diese Kühlschränke, wie sie aussehen? Ja, ja. Und das ist ja, dieses Design passt ja auch wirklich in alle Küchen und alle Umwelt, weil es halt in altmodische, in moderne, es passt überall in jede Einrichtung rein. Weil die eben so schick sind und auch durch dieses Silberne oder Verspiegelte auch sehr farbneutral sind. Aber dabei sehr, sehr elegant. Das sind also wirklich elegante Abfalleimer. Unglaublich, dass ich das mal sagen würde. Da ist an alles gedacht. Man hat ausschließlich Vorteile. Hier Biomüll, Restmüll, Papier, gelber Sack, alles in einem. Man kann es manuell bedienen. Man hat ja auch natürlich eine Anzeige. Die habe ich Ihnen jetzt gar nicht gezeigt. Der hier zählt auch runter, von 6 auf 0. Zeige ich Ihnen, wenn Sie es nochmal möchten. Das sieht man jetzt gerade leider nicht. Aber der zählt auch. Wir haben auch eine Digitalanzeige. Der runter zählt. Das finde ich auch wieder cooler geht es nicht. Praktischer geht es nicht. Hygienischer geht es nicht. Und ganz ehrlich, stylischer geht es auch nicht. Und preiswerter geht es auch nicht mit unserem TV-Sonderpreis von 135,80 Euro für unser Design-Müll-Trennsystem mit Sensor 72 Liter. Mit der Bestellnummer NX 4183 569. Das ist halt das Tolle. Mit diesem TV-Sonderpreis sparen Sie richtig Geld. Sie können auch anrufen 0180 51 51 222. Haben wir mal alle einzeln vorgestellt. Das war eine ganze Menge Information. Jetzt wollen wir Ihnen die auch gerne nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf präsentieren. Ja, weil das war so viel. Und go. Let's go. Ja, hier mit diesem wunderbaren Design-Tisch. Mülleimer. Ganz fein, hochwertiger Kunststoff. Natürlich mit Bewegungssensor. Natürlich auch hier manuell zu schalten, wenn Sie es möchten. Zwei Liter Fassungsvolumen. Also passt gut in eine Küche oder auch mal in ein Büro. Da, wo Sie eben auch mal sitzen, wo man immer ein bisschen Müll kreiert. Das ist bei Menschen leider so. Oder passt das hin. Es ist ein stylisches, schönes Designprodukt. Und ganz ehrlich, bei dem Preis einfach mal probieren. Und der nächste ist unser Tischmülleimer im Getränkedosendesign. 1,5 Liter. Natürlich auch mit Bewegungssensor zum Auf- und Zumachen. Mit der Bestellnummer NC 3375 569. Ganz, ganz toller Preis. 18,72 Euro. Für die nächsten zwei Stunden sparen Sie 53 Prozent bei unseren Design-Tischmülleimern im Dosendesign. Richtig cool. Habe ich vorher noch nie gesehen. Schöner geht Müllentsorgung nicht. Hygienischer geht es nicht. Praktischer geht es nicht. Und es ist auch noch ein Deko-Element. Was will man mehr? Und der nächste, der kann vorbestellt werden. Ist leider nicht lieferbar, aber in ein paar Tagen ist er wieder lieferbar. Sie können ihn vorbestellen. Er ist sehr, sehr, sehr beliebt. Ja, ist eine sehr, sehr gefragte Größe. Gerade Kosmetikeimer, so im Bad oder auch in der Küche gerne. Wer es gerne stylish hätte, wer es gerne mit dem Bewegungssensor hat, kontaktlos, Müll entfernt, ist am Zahn der Zeit. Das sollten wir alle heutzutage so machen. Denn diese ganzen Krankheitserreger, die gibt man ja von da, wenn man es anfasst, an die Nase und von A nach B. Da ist die Bestellnummer NC 2743 569. Wie gesagt, Bestellen sind vorher. Es ist sehr, sehr, sehr beliebt. Und die nächste Größe. Genau. Und dann waren wir auch schon hier unten bei meinen nächsten Lieblingen gelandet. Da sind wir schon bei 9 Liter. Schauen Sie mal, was da alles reinpassen könnte. Natürlich ideal auch für Küche. Aber weißt du was, warum auch nicht im Büro? Weil manchmal hat man, man kreiert schnell viel Müll. Und wieder ganz wichtig, besonders hygienisch, besonders praktisch. Man kann den bis zu drei, vier Monaten immer wieder steuern. Genial. So, und da waren wir schon bei 30. NC 2744 569 für den 9-Liter-Eimer. Und jetzt kommt der 30-Liter-Eimer. Genau. Wir haben wieder einen ganz schönen, hochwertigen Edelstahl-Korpus, einen ganz schönen, verkromten Deckel. Hier wieder auch die Möglichkeit, manuell zu öffnen. Sollte man mal nicht kontaktlos arbeiten wollen. Wir haben einen Inneneimer. Den kann man dann separat drauf nehmen. Man kann so steuern. Bleibt mal länger offen. Schöne Größe, passt auch gut. Küche, vielleicht auch Badbüro. Da, wo man eben Müll kreiert. Ganz, ganz hochwertig. Bestellnummer NC 2745 569 für die 30-Liter-Version. Und als nächstes haben wir 42-Liter. Genau. Hier haben wir zum Beispiel unseren gelben Sack integriert. Passt perfekt rein. 42-Liter. Wieder Bewegungssensor inkludiert. Innen Eimer dabei. Sie können trotzdem manuell arbeiten. Bis zu drei, vier Monate können Sie den nutzen. Dann wechseln Sie Batterien kabellos. Mega schick. Ausschließlich so Qualitätsmerkmale eingebaut. Sozusagen hier Edelstahl-Korpus. Was will man eigentlich mehr, oder? Mit der Bestellnummer NC 2746 569. Und der nächstgröße 68-Liter haben wir jetzt. Ja, jetzt werden wir schon richtig groß für große Haushalte, für große Küchen. Wenn Sie viel Müll entsorgen müssen, dann machen Sie es bitte von jetzt an kontaktlos. Und hier super stylisch. Wir haben hier sogar einen Aluminium-Korpus. Also wirklich richtig, richtig schön. Ist so ein bisschen fingerabdruckresistent. Natürlich wieder mit Bewegungssensor. Da haben wir sogar eine Anzeige, der zählt runter von 6 auf 0. Genial. Kann man auch manuell steuern und ein schöner Chrom-Deklater auch. Mit der Bestellnummer NX 9735 569. Und jetzt zu unserem Design-Müll-Tram-System. Genau. Ich habe da meine Moderationskarte wieder drin versteckt. Ich lasse ihn mal gerade so offen. Wir haben hier einen Bio-Behälter. Wir haben hier die Möglichkeit, 48 Liter Größe Müllsäcke oben rein und die Schublade unten. Natürlich wieder Edelstahl, natürlich wieder Bewegungssensor, kontaktlos oder eben auch manuell. Wirklich ganz, ganz fein, neu und sehr, sehr begehrt auch schon bei uns. Das ist unser Design-Müll-Tram-System mit der Bestellnummer NX 41 38 569. NX 41 83, nicht 38, Entschuldigung. NX 41 83 569. Rufen Sie an 080 51 51 222. Tja, Dani, da sehen wir nochmal alle auf einen Blick all unsere tollen Abfalleimer, Mülleimer, die alle super elegant aussehen, super praktisch sind für die verschiedensten Anwendungen vom kleinen Mülleimer mit zwei Liter über den Tisch Mülleimer bis zum großen Müll-Trenn-System. Hat Spaß gemacht, Ihnen die vorzustellen. Die sind sehr begehrt. Seien Sie schnell, zwei Stunden Zeit haben Sie. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit.